Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial zum Landwirtschaftssimulator 22. Heute erkläre ich euch in einem kurzen Video, wie der Traubenanbau funktioniert. Trauben sind neben Oliven und Sorgumhirse die neue Fruchtart im LS22. In dem Tutorial erfahrt ihr, welche Maschinen und Geräte ihr benötigt, wie die Trauben weiterverarbeitet werden und was ihr nach der Ernte beachten müsst, damit die Trauben auch nachwachsen. Vorab möchte ich euch noch das GameStar-Sonderheft zum LS22 empfehlen. Ich habe im Heft selbst als Autor mitgewirkt und ihr findet dort zahlreiche weitere Guides und Tipps. Den Link zum Sonderheft findet ihr in der Beschreibung des Videos. Bei aktivierten Jahreszeiten könnt ihr die Traubenreben nur von März bis Mai anbauen. Der Erntezeitraum ist dann im Folgejahr von August bis September. Platziert werden die Traubenreben über das Baumenü im LS22. Versucht dabei die Reben so dicht es geht nebeneinander zu bauen. Dadurch spart ihr euch beim Düngen Arbeitsschritte und ihr könnt zwei Bahnen gleichzeitig düngen und grubbern. Beginnen wir mit den Maschinen die ihr als Traumbauer benötigt. Um zwischen den Reben arbeiten zu können benötigt ihr Schmalspurtraktoren. Hier bietet sich etwa der Rex 4GT von Landini für 42.500 Euro an. Mit dem 3-Punkt-Aufsatz könnt ihr auch vorne noch Geräte und Maschinen anbringen. Die etwas teurere Alternative ist der Fan 200V Vario für 77.000 Euro. Auch hier könnt ihr vorne Geräte und Maschinen anbringen und mit 79 PS hat er 9 PS mehr als der Rex 4GT. Für die Traubenernte selbst benötigt ihr den Broad 9070 von New Holland für 242.000 Euro. Alternativ könnt ihr die Maschine auch nur zur Ernte mieten. Dadurch spart ihr euch am Ende sehr viel Geld. Der Vollernte hat ein Fassungsvermögen von 3.100 Litern. Nach der Ernte werden die Reben gestutzt, damit ihr sie im nächsten Jahr erneut ernten könnt. Im Spiel steht euch dazu der MP 122 Ocea von Provitis zur Verfügung, welcher euch 16.000 Euro kostet. Um den höchsten Ertrag bei der Ernte zu erhalten, müsst ihr die Reben düngen. Hier kommt die Mercury 4000 L von Hardy ins Spiel, die ihr im Shop für 28.000 Euro erhaltet. Wie die Feldspritze genau funktioniert, erfahrt ihr später im Video. Mulcher helfen dabei, Unkraut zu entfernen. Aus eigener Erfahrung empfehle ich euch den Bereich zwischen den Reben im Rückwärtsgang zu mulchern. Dazu aber später ebenfalls noch einmal mehr. Ihr erhaltet den TPM 140 von TMC Canceler im Shop für 4.500 Euro. Der Tiefenlockerer ist eine Alternative zum Flug und ihr solltet damit das Feld fügen, bevor ihr die Reben platziert. Für die Zucht von Trauben bietet sich der Disc OV-V von Acrysem für 5.000 Euro an. Zum Verladen der Trauben empfehle ich euch den LWS 12000 von Fuhrmann für 42.000 Euro. Dieser hat ein Fassungsvermögen von 12 Kubikmetern und eignet sich perfekt für jede Größe und jedes Projekt. Beim Flügen ist es wichtig, dass ihr dicht an den Reben fahrt, sofern Flügen notwendig in den Optionen aktiviert ist. Denn dann spielt das Flügen eine wichtige Rolle für den Ertrag. Lauft daher eure Reben ab und schaut, ob ihr im unteren rechten Bereich den Hinweis Flügen notwendig erhaltet. Damit ihr euch Arbeit spart, solltet ihr die Fläche, auf der ihr die Reben platziert, bereits im Vorfeld flügen. Nachdem ihr die Reben platziert habt, könnt ihr sie auch zum ersten Mal direkt düngen. Der Vorteil bei der Düngespritze von Hardy ist der Streuteller, wodurch sich zwei Reben jeweils eine links und eine rechts besprühen lassen. Ihr könnt natürlich auch größere Maschinen Reben verwenden. Das geht theoretisch auch, wie ich hier in dem kurzen Beispiel einmal zeige, aber das ist schon wirklich, wirklich ein wenig übertrieben. Nach einigen Monaten Wachstum wächst zwischen den Reben Gras. Diese könnt ihr dann wie mit dem angesprochenen Mulcher einfach entfernen. Alternativ könnt ihr das Unkraut auch mit Herbiziden entfernen. Das geht etwas schneller und ist wesentlich entspannter als die Arbeit mit einem Mulcher. Außerdem könnt ihr das Herbizid auch direkt in die Feldspritze von Hardy füllen. Sobald eine der ersten Wachstumsstufen erreicht ist, könnt ihr die Reben auch ein zweites Mal düngen, um so bei der Ernte den maximalen Ertrag zu erhalten. Prüft regelmäßig über das Kartenmenü oder die Anzeige an den Reben direkt, ob ihr ein weiteres Mal düngen solltet. Zwischen August und September könnt ihr die fertig ausgewachsenen Trauben dann ernten. Dazu fahrt ihr mit dem New Holland Broad 1970 zwischen den Reben hindurch. Die Maschine schüttelt dabei die Trauben von den Reben ab und sie landen direkt im Erntetank der Maschine. Die Trauben könnt ihr in den passenden Verkaufsstellen verkaufen oder sie in einem Produktionsgebäude zu Traubensaft und oder Rosinen weiterverarbeiten. Die fertigen Produkte können dann ebenfalls verkauft oder weiterverarbeitet werden. Rosinen etwa könnt ihr in die Müsli-Fabrik liefern, wo sie zu Müsli weiterverarbeitet werden. Nach der Ernte müsst ihr die Reben zurückstutzen, damit sie nachwachsen und ihr sie erneut im Erdezeitraum zwischen August und September ernten könnt. Nach dem zurückstutzen sind die Trauben beim nächsten Erdezeitraum wieder reif und der Kreislauf beginnt von vorne. Das war das Tutorial zu den Trauben im LS22. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und einen Kommentar freuen. Falls ihr keine Tutorials mehr zum LS22 verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal. Habt ihr Fragen oder Anregungen, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal, euer Metalizer.